Laut einer Studie von 2006 leiden zwischen 2,9% der Volksschulkinder und bis zu 7,9% der Jugendlichen an ADHS. Selbst viele Kleinkinder sind betroffen. Man spricht von über 5% der Kinder. Anzahl steigend. Was sind die Ursachen und Folgen von ADHS und wie kann man ADHS natürlich behandeln? Welche Rolle spielt dabei Omega 3? Komplexe Zusammenhänge einfach erklärt. ADHS besteht aus den Abkürzungen AD und HS. AD steht dabei für das Aufmerksamkeitssyndrom und HS für die Hyperaktivitätsstörung. Oft treten AD und HS gemeinsam auf. Betroffene Kinder können sich schwer konzentrieren und zeigen eine körperliche Unruhe. Sie können ihre Impulsen noch nicht vollständig kontrollieren. Das Problem, der moderne Mensch ernährt sich nicht mehr artgerecht. Neben vielen Nährstoffmängeln fehlt es vor allem an Omega 3 Fettsäuren. Das Omega 6 zu Omega 3 Verhältnis sollte im Idealfall bei 2 zu 1 bis maximal 5 zu 1 liegen. Katastrophale Ergebnisse von 5 zu 10 zu 1 und mehr sind aber leider keine Seltenheit, sondern eher die Regel. Die Folge, verlangsamte Hirnreifung. Zusätzlich sind Stress, wenig Bewegung und Schlafmangel weitere Faktoren, die ADHS fördern. Auf der anderen Seite drängt die Gesellschaft die Kinder immer schneller Fuß in der leistungsorientierten Gesellschaft zu fassen. Eine spielerische Kindheit ist aufgrund des schnell wachsenden Schuldrucks nur noch bis zu einem gewissen Grad möglich. Während also viele Kinder eine Reifelverzögerung haben, fordert die Gesellschaft eine Reiferbeschleunigung. Der Zusammenhang zwischen ADHS und Omega 3 ist neu für dich? Nicht überraschend. Noch immer messen erst wenige Ärzte das Omega 3 im Blut. Hingegen wird oft erklärt, dass ADHS, mittlerweile die häufigste Kinderkrankheit, genetisch bedingt ist. Dadurch fühlen sich einerseits die Eltern nicht schuldig, sie haben ja nichts falsch gemacht und andererseits verschreiben die Ärzte fleißig Medikamente. Die Frage ist aber, kann sich eine genetische Veränderung wie ADHS so schnell entwickeln und durchsetzen? Aus evolutionärer Sicht gäbe es durch die Hirnreifeverzögerung keinen Vorteil, ganz im Gegenteil. Auch fraglich, Medikamente bekämpfen in der Regel nur die Symptome, nicht aber die Ursache. Oft führen Medikamente noch zu weiteren Entwicklungsverzögerungen, die in über 50% der Fälle Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter mit sich bringen. Was sind die Folgen von ADHS bei Kindern? Bei ungefähr der Hälfte aller Betroffenen treten Lese- und Rechtschreibprobleme auf. ADHS-Kinder leiden fünfmal häufiger an Depressionen. Auch Angststörungen und Schlafstörungen treten deutlich häufiger auf, als bei gesunden Kindern. Mündlich mitgeteilte Arbeitsanweisungen sind für Betroffene oft schwer umzusetzen, hingegen werden spielerische Vorgaben gut verstanden. Wie kann ADHS bei Kindern natürlich behandelt werden? Auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Am besten ein großes Blutbild nehmen lassen und ganz wichtig den Omega-3-Fettsäurenstatus messen lassen. Warum Omega-3 für die Hirnentwicklung eines Babys und Kindes so wichtig ist, erfährst du in meinem Video, das ich dir am Ende verlinke. Studien zeigen, dass fast alle ADHS-Kinder ein schlechtes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis haben. Mit der Supplementierung von aquatischen Omega-3-Fettsäuren, hochwertiges Fischöl oder Algenöl, oder mit dem regelmäßigen Verzehr von reichhaltigem Fisch tust du deinem Kind etwas Gutes, du förderst die Hirnreifung und beschleunigst viele Verbesserungen. Studien zeigen, dass sich die Schlafstörungen mit aquatischen Omega-3-Fettsäuren minimieren. Nach viermonatiger Omega-3-Einnahme verbesserten sich die Lese- und Rechtschreibprobleme. Die Aufmerksamkeitsspanne wurde größer und die sozialen Kompetenzen wuchsen. Auch eine Studie von 2017 macht klar, dass eine eindeutige Verbesserung der Symptome durch eine Omega-3-Einnahme auftrat. Die einen nennen es Omega-3-Therapie und die anderen schlicht und einfach artgerechte Ernährung. Nicht verwunderlich, dass Studien belegen, dass eine ungesunde Ernährung die Frontalhirnentwicklung verzögert. So gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fast Food und einem erhöhten ADHS-Risiko. Eine gesunde Ernährung scheint die Basis für eine gesunde Hirnreifung. Deswegen ist die Empfehlung von vielen Ärzten mit einem ganzheitlichen Therapieansatz, ein großes Blutbild zu machen und alle Mangelerscheinungen zu beseitigen, die Grundlage für eine langfristige Heilung. Erwarte aber keine Wunder von heute auf morgen. Ein chronischer Mangel hat sich meist über einige Jahre entwickelt und braucht auch etwas Zeit um behoben zu werden. Und wenn behoben, heißt das nicht, einen Freipass für Fast Food zu besitzen. Die Hirngesundheit sollte lebenslang bis ins hohe Alter gepflegt werden. Du willst mehr über den Zusammenhang zwischen Hirnentwicklung und Omega-3 für Babys und Kinder erfahren? Dann lohnt sich ein Blick in mein nächstes Video. Der Link folgt in wenigen Sekunden. Kennst du den Omega-3-Spiegel deines Kindes? Sag es mir in den Kommentaren unten. Wenn dir meine Informationen geholfen haben, freue ich mich über ein Like. Gerne kannst du mein Video auch mit deinen Freunden teilen. Bevor es zum nächsten Video geht, hast du die Möglichkeit den Abonnieren-Knopf zu drücken. So wirst du automatisch informiert, sobald ein neues Vital Schnabel Video online geht. Viel Gesundheit und bis bald! Deine Caro von Vital Schnabel Deine Caro von Vital Schnabel